So, wir laufen damit nochmal ein offizielles Hallo an die 90-Day-Run-Recap-Gruppe. Denn den Feier hier live aus Dubai, wie gesagt, 2 Uhr morgens hier gerade. Und ich freue mich wie kein Zweiter, heute Abend bei euch zu sein mit dem Thema Fuel the Fire. Der eine oder andere sagt ja, dass mein Nachname ganz bestimmt so ausgewählt wurde und es kein Zufall ist. Aber man schreibt es ein bisschen anders. Ja, Fire ist ja die Party, aber ihr wisst schon, ich komme mit dem Englischen besser klar. Ja, insofern Fire steht für das Feuer. Und ich glaube, eine der Gründe für den Erfolg, den ich persönlich auch erreicht haben dürfe, hat was mit der Energie, hat was mit der Power, hat was mit der Leidenschaft, hat was mit der Begeisterung zu tun. Und heute wollen wir darüber sprechen, aber nicht nur das Thema sei begeistert, das haben wir ja alle schon gehört, sondern wirklich zu verstehen, dass unsere Emotionen, unsere Begeisterung, unsere Energie nicht ein Resultat aus den Umständen sein darf oder soll als Lieder, sondern dass es ein Tool ist, welches wir zur Verfügung haben, mit welchem wir arbeiten. Aber bevor wir da reingehen in das Thema heute, will ich natürlich damit starten, 90-Day-Run ist im Game sozusagen, das heißt, wir sind am Start, wir sind am Aufbauen und ich will natürlich an der Stelle auch fragen, wer von euch hat heute Business-Aktivitäten gemacht? Und aus irgendeinem Grund habe ich hier keinen Chat heute Abend, aber wir machen es trotzdem. Jeder kann es ja für sich ganz kurz durchchecken oder mal in der Kamera reinwinken oder sowas. Wer hat heute eine Einladung gemacht? Sprich, wer hat heute einen neuen Vertriebspartner, Interessenten angerufen oder jemanden von der Kontaktliste angerufen und hat sozusagen virtuell die Hand gereicht und gesagt, Mensch, für dich, ich sehe hier was in dieser Company Genest, in dieser Möglichkeit Network Marketing, du könntest dir Großes erreichen und hast vielleicht ein Informationsvideo rausgeschickt, hast ein Tool rausgeschickt. Das ist die Basisfähigkeit oder die Basisaktivität. Das ist auch Teil unserer täglichen Aktivitäten sozusagen, ja, eine Einladung auszusprechen, um neuen Menschen zu ermöglichen, das Business anzuschauen. Das sollte jeden Tag wirklich auf dem Plan stehen. Und das ist das erste Thema. Das zweite ist, wer hat heute eine Geschäftspräsentation gemacht? Ja, wer hat heute wirklich das Business präsentiert? Auch das ist etwas, was du immer wieder machen solltest. Deinen Kalender am besten füllen mit Möglichkeiten, wo du Menschen unsere Opportunity zeigst, die Gelegenheit zeigst. Wenn du im Network Marketing erfolgreich werden möchtest, dann musst du auch das Business zeigen, präsentieren. Nutze Tools, nutze Videos, nutze die Upline, Sideline, Crossline, Downline, macht es gemeinsam. Aber ihr müsst im Prinzip den Plan zeigen, die Company zeigen und die Vision den Menschen auch näher bringen, damit sie auch einsteigen können. Zu guter Letzt, wer hat heute einen Vertriebspartner registriert? Und da an der Stelle möchte ich hier, weil ich ja jetzt auch derjenige, mit der den Call spricht, ein ganz kurzes Shoutout machen an den René, der nämlich auch hier gerade drauf ist auf dem Call. Und der sozusagen der neueste, das neueste Mitglied unseres Unity Global Teams ist zumindest, was meine Enrollments angeht, der ist mich gerade vor ungefähr 25 Minuten gestartet, mit dem größten Paket. Und insofern willkommen bei Unity Global. René, an der Stelle viele Grüße nach Berlin. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, im 90-Day-Run-Recap-Call. Und die Aktivitäten, die wir täglich machen, bestimmen das Ergebnis, bestimmen das Ergebnis unserer Businesses, bestimmen das Ergebnis der Geschwindigkeit, mit der wir in Richtung unserer Träume unterwegs sind. Und was auch immer dein Traum ist, vielleicht ist es eine Kreuzfahrt, wie du hier hinter mir sehen kannst, ja, ein Kreuzfahrtschiff, um die sozusagen schönsten Orte der Welt zu sehen. Oder ob es ist, etwas Bedeutsames für deine Familie zu machen. Oder was auch immer dein Warum oder dein Antrieb ist. Die täglichen Aktivitäten setzen ein klares Statement dafür, wie wichtig dir dieser Traum oder dieses Ziel ist. Und deswegen ist die tägliche Aktivität absolut entscheidend dafür, was du für ein Ergebnis hast. Und genau das ist es, was wir machen in einem 90-Day-Run. Wir fokussieren uns bewusst auf die einkommensproduzierenden Aktivitäten. Wir fokussieren uns bewusst auf das, was das Business aufbaut, versus uns ablenken zu lassen. Versus Sachen zu machen, die, naja, man sonst auch immer macht. Aber wo wir jetzt einfach mal sagen, Mensch, 90 Tage, komm, wir schieben es mal auf die Seite bis Berlin. Ja, wir ziehen das Ganze durch bis zur Lead in Berlin und geben jeden Tag Gas und machen mehr, als wir sonst normalerweise machen würden, um zu schauen, welche Ergebnisse man dann erreichen kann. Und ja, das zum Thema Aktivitäten, Accountability. Der nächste Punkt in unserem Recap-Call ist natürlich immer das Produkt des Tages. Und das Produkt des Tages heute ist für mich nicht Niveau, sondern Niveau würde ich nur gern trinken, damit ich Energie habe für euch. Niveau ist nämlich auch ein sehr gutes Produkt. Aber das Produkt des Tages ist heute AMPM. AMPM ist das Produkt des Tages aus vielen verschiedenen Gründen und ich möchte es ganz kurz mit euch teilen. Zunächst mal geht es damit los, dass AMPM entwickelt wurde von niemand anderem als Dr. Vincent Giampapa. Dr. Vincent Giampapa ist ein Wissenschaftler, der für zwei Nobelpreise nominiert wurde. Und zwar persönlich. Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die das von sich behaupten können. Das heißt, Jeunesse arbeitet hier wirklich mit den Besten der Besten zusammen. Dazu kommt aber, dass Dr. Vincent Giampapa, bevor er mit Jeunesse involviert war, was ja nun mittlerweile auch schon im neunten Jahr der Fall ist, oder im achten Jahr, vorher über zehn Jahre bereits Inhaber eines eigenen Unternehmens ist, mit dem Namen Healthy Cell. Also ein Unternehmen mit dem Namen Gesunde Zelle übersetzt auf Deutsch. Und die Vision von Healthy Cell war es immer, sämtliche Wissenschaft dazu zu verwenden, um eine menschliche Zelle perfekt mit Mikronährstoffen zu versorgen. Weil die Vision ist, wenn du eine Zelle im Körper versorgen kannst, perfekt, dann kannst du es auch mit 500 Millionen Zellen machen. Und Healthy Cell hat ihr Flaggschiff-Produkt nach über zehn Jahren Forschung mit über sechs Millionen Dollar Research-Etat, oder Budget, wie man auf Deutsch sagt, mit mehreren Patenten und internationalen Forschungsergebnissen das Flaggschiff-Produkt entwickelt mit dem Namen AMPM. Und es ist genau dieses AMPM, welches dann später übernommen wurde von Jeunesse und heute exklusiv und ausschließlich über Jeunesse verfügbar ist. Das heißt, wir reden über ein Produkt, über eine Produktkombination, die ja zehn Jahre lang Forschung beinhaltet. Wie gesagt, Millionen an Dollar Research, Nobelpreis gegrönte Technologie oder sagen wir mal so, Nobelpreis würdige Wissenschaft beinhaltet. und das einfach mal nur als Opener. Jetzt kommt dazu, dass die Inhaltsstoffe, die Leute fragen, was ist denn da drin oder wofür ist es eigentlich? AM ist natürlich für morgens, um wach zu werden, Energie zu bekommen, perfekt für den Tag zu funktionieren. PM ist, um wirklich runterzukommen, zu schlafen, in Tiefschlafphase zu kommen, sich entspannen zu können, den Körper zu regenerieren. Aber das Spannende ist, wenn man fragt, was genau drin ist, ihr alle wisst es ja schon, es ist so viel drin, dass man das komplette Label eben aufrollen muss. Und das ist einer der Gründe, warum es mal ein Produkt des Tages ist, weil immer bei der Demonstration dieses Produktes kann man das eben mal machen und kann den Leuten einfach mal sagen, hey, nimmst du Nahrungsergänzungen? Kennst du jemanden, der Nahrungsergänzungen verwendet? Schreib doch mal bitte auf, was sind Dinge, die man so nimmt oder die man so nutzt oder die du so zu Hause rumstehen hast. Ich habe wirklich Freunde, die sind Freaks im Bereich Nahrungsergänzungen. Die haben irgendwie 13 verschiedene Sachen, die sie nehmen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass wenn wir wirklich mal uns anschauen, was die Leute verwenden, es ist meist immer so, dass ich sagen kann, benutze einfach zu Ende, was du jetzt benutzt und dann gehe einfach mal auf AM, PM, weil alles, was du benutzt, ist hier drin und noch viel, viel mehr. Das Faszinierende ist auch, wenn man noch tiefer ins Detail geht als nur die Inhaltsstoffe, die so irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele es sind, aber das sind wirklich sehr viele. Also ich würde mal sagen, mindestens mal 100 Inhaltsstoffe und da reden wir mal jetzt nur von AM, PM, wirklich von dieser einen Produktkombination. Es ist aber so, wenn man noch tiefer reingeht ins Detail, dann hat mir bei einem Dinner von Jeunesse Dr. Vincent Giampappa selbst mal was erzählt, was mich persönlich am allermeisten fasziniert hat. Und zwar folgendes. Er erzählte mir, dass die meisten Menschen immer fragen, was ist drin? Ja, was ist drin? Was sind die Wirkstoffe? Ja, was tut es im Körper? Hat man da die Vitamine? Hat man da die Nährstoffe? Hat man da die, was auch immer, Mineralien und so weiter und so fort? Und er sagt, das ist alles wichtig und es ist alles schön und gut, aber man muss eins verstehen. Sich nur auf die Mikronährstoffe zu beziehen und die Inhalte zu beziehen, das ist ungefähr so wie heute auf dem Computer Windows 95 installieren. Aber ich sage, das verstehe ich nicht, wie meinst du das? Dann sagt er, naja, guck mal, das ist ganz einfach. Früher, 1980, oder auch noch vorher, da hat die ganze Welt davon gesprochen, Vitamine. Vitamine, 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 Vitamine. Das ist, was wir brauchen. Vitamine, so und das stimmt auch. Wir brauchen Vitamine und wir alle wissen das heute. Wir wissen aber auch heute mittlerweile, dass isolierte Vitamine als solche relativ wenig bringen. Also wenn du zum Beispiel einfach nur ein Vitamin D oder ein Vitamin K oder sowas dir reinhaust einzeln, selbst ein Vitamin C einzeln ist natürlich gut, aber alle Inhaltsstoffe, alle Vitamine haben ja gewisse Nährstoffzusammenhänge und nur in der richtigen Nährstoffkombination entwickeln die ja die maximale Wirkung. Oder auch manchmal überhaupt eine Wirkung. Weil wenn du zum Beispiel ein fettlösliches Vitamin in ein Glas Wasser auflöst und trinkst, kannst du dir auch direkt vorstellen, wo das landet. Aber das war so das erste im Bereich Nahrungsergänzung. Die Leute haben gesagt, Vitamine, Vitamine, Vitamine und das ist alles schön und gut, aber er sagte, das kannst du ungefähr vergleichen mit dem ersten Betriebssystem, was es gab für den Computer. So irgendwann später, so 90er Jahre, hat man rausgefunden, Mensch, okay, Vitamine sind gut, aber nicht nur Vitamine, sondern auch eine richtige Kombination, aber nicht nur das. Es gibt ja noch andere Sachen, die sind ja noch mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch viel wichtiger und zwar sind das die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe sind zum Beispiel, ein Beispiel, Beta-Carotin, der Grund, warum die Karotte orange ist, ist ein sekundärer Pflanzenstoff und die sekundären Pflanzenstoffe, die sogenannten Polyphenole, als Beispiel, unter anderem, das sind Dinge, die noch viel, viel wichtiger sind für den Körper, noch viel, viel effektiver sind für den Körper, als die reinen Vitamine selbst. So, und er sagte, das ist jetzt schon, ja, das ist jetzt schon eine ganze Generation weiter, da reden wir jetzt schon von Windows 98, ja, oder sowas. Und, und das sind so die sekundären Pflanzenstoffe, auch Antioxidantien ist ein sekundärer Pflanzenstoff oder fällt unter diese Kategorie und die Menschen haben davon gesprochen und gesprochen und gesprochen und gesprochen. Er sagt, mittlerweile sind wir aber viel weiter und jetzt würde ich ja mal fast schon mal behaupten, wir sind von Windows zu Apple gewechselt, jetzt mal für die Apple-Fans und bei uns, aber was ich sagen will, ist, was ist denn heute tatsächlich der allerletzte Stand? Naja, klar, man hat immer noch Vitamine, man hat immer noch sekundäre Pflanzenstoffe, alles gar kein Thema, aber man hat noch was und man hat etwas, was man mittlerweile rausgefunden hat, was noch viel entscheidender ist, als nur die reinen Nährstoffe selber und zwar sind das die sogenannten Gene. Es ist mittlerweile, wissen wir, dass es im Körper nicht nur Zellen gibt, sondern in den Zellen auch Gene und zwar in jeder Zelle bis zu 30.000 verschiedene Gene, die entweder, ja, wie nennt man das jetzt auf Deutsch, also expressed oder repressed sind, also aktiviert oder deaktiviert, um es mal einfach so auszudrücken. Das heißt, jede Zelle hat wie 30.000 verschiedene Lichtschalter, musst du dir vorstellen und je nachdem, welcher Lichtschalter an ist und welcher aus ist, sind unterschiedliche Funktionsweisen in den Zellen und entstehen unterschiedliche Ergebnisse, sage ich mal, aus der Produktion der Zellen und der Aktivität. Dieses gesamte Forschungsbereich nennt man Genetik, aber es gibt auch noch einen Forschungsbereich, der heißt Epigenetik. Und um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen, weil ich bin selber kein Wissenschaftler und wenn jetzt ein hochdotierter Wissenschaftler gerade auf dem Call ist, hat er bestimmt schon irgendwo gemerkt, dass ich etwas wiedergebe, was mir erklärt wurde, was ich aber selber natürlich im Detail nicht studiert habe oder nicht eine Ausbildung habe oder sowas, aber der Punkt, auf den ich ihn auswähle, ist folgender und zwar und das ist wirklich faszinierend. Die Leute fragen immer, was ist da drin, ja, AMP, was ist da drin? So, jetzt guck mal drauf und sagen, oh wow, da ist ja wirklich alles drin und noch viel mehr. Die zweite Frage ist immer, wie viel ist davon drin? Und der und der G.M. Papa sagt, das ist die sinnloseste Frage überhaupt. Früher hat man gefragt, wie viel ist denn etwas drin, weil man gesagt hat, okay, jeder Körper braucht mindestens so viel davon, wenn man die richtige Kombination hat. Der sagt, heute wissen wir, es geht gar nicht mehr darum, wie viel du zu dir nimmst, sondern wie viel kommt wirklich an. Ja, man hat früher gesagt, du bist, was du isst. Die Frage ist heute, oder wir wissen heute, du bist, was du assimilierst, auf gut Deutsch. Also das, was dein Körper wirklich aufnimmt, das bist du. Das, was nämlich durchläuft, hat gar nichts zu sagen. Und wir sind mittlerweile in der Lage, mit einem Bruchteil der Menge eines Wirkstoffes oder Inhaltsstoffes, den gleichen oder besseren Effekt zu erzielen durch die Bio-Verflügbarkeit der Produkte, die heute über gewisse Transportkonzepte oder gewisse Größen oder gewissen Kombinationen viel, viel effektiver in die Zelle getragen werden können. Lange Rede, kurzer Sinn, das heißt, worauf ich hinaus will, die optimale Menge aller Inhaltsstoffe, die es gibt, sind im AMPM drin. Man kann tatsächlich sämtliche Nahrungsergänzungen bis auf vielleicht Omega-3s, ja, oder Omega-Fettsäuren, kann man wirklich lassen und hat das hier mit drin. Das ist nahezu alles abgedeckt, was es gibt. Und jetzt kommt das Beste. Nur 20% der Kapsel ist notwendig, um diese ganzen Inhaltsstoffe, die auf dem Label sind, zu transportieren. Nur 20% der Größe der Kapsel sind notwendig, um das alles zu transportieren, was wir wirklich auf dem Label haben. Die Frage, die natürlich dann aufkommt und deswegen ist das mein Produkt des Tages und mein Produkt des Jahres, ist, was sind denn die anderen 80%? Und die Antwort ist, reine Epigenetik. Wir sind mittlerweile mit Genes nicht mehr im Bereich einfach nur Nahrungsergänzung. Das hat nichts mehr zu tun, damit nur, sage ich mal, Supplementierung mit Nährstoffen für die Zelle zu tun. Sondern wir reden von Optimierung der Gene im Körper. Das heißt, dem Körper all das zur Verfügung zu stellen, um nicht nur mit Nährstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralien usw. versorgt zu sein, sondern auch mit all dem, was für eine perfekte Expression und Repression der Gene benötigen. Und jetzt sind wir im Bereich, wo wir allen anderen Unternehmen zwischen 5 und 8 Jahre voraus sind. Nämlich der Bereich, wo es darum geht, den Alterungsprozess umzukehren. Und wenn man das einmal verstanden hat, was Genesse wirklich macht, und jetzt könnte man eine weitere halbe Stunde über Luminis sprechen und über die Wachstumsfaktoren und die Aktivierung der Stammzellen und all diese Geschichte, aber das ist nicht Thema heute, dann merkt man immer mehr, Genesse geht es nicht nur darum, Nährstoffe zu bringen oder auch eine schöne Haut zu machen, dadurch, dass man irgendwie Feuchtigkeit bringt, sondern es geht immer im Kern, in der DNA, im Bereich der Zelle, um die Umkehrung des Alterungsprozesses. Und wir werden in diesem Bereich weitere Entwicklungen, weitere Innovationen kennenlernen und werden in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten mit Genesse eine Situation erleben, wie wir sie uns eigentlich alle nicht besser vorstellen können. Und ich glaube, dieses Vertrauen und diesen Belief kriegt man dann, wenn man zwei Sachen macht, Punkt eins, vor Ort sein, wenn die Wissenschaftler da sind. Und die nächste Möglichkeit dazu ist in Berlin, Lied Berlin steht vor der Tür. Im April ist es soweit, quasi heute in einem Monat, wenn man so will, ist Lied in Berlin und jeder, der noch nicht geplant hat, da zu sein, unbedingt jetzt das Wochenende rausstreichen, Ticket holen, promoten, was das Zeug hält. Denn es ist nicht nur angekündigt worden, dass die Founder da sind, sprich Wendy Lewis, Randy Ray, Scott Lewis, sondern auch die Wissenschaftler, nämlich Gianpapa, den Herrn, von dem ich gerade gesprochen habe und auch Dr. Nathan Newman, der uns den komplett neuesten Durchbruch im Bereich der Stammzellentechnologie erklären wird. Was viele von uns gar nicht so wissen oder auf dem Schirm haben, wir sagen ja immer, Genesys ist eine ganz junge Firma, ist eine ganz neue Firma, das stimmt ja irgendwo im Vergleich, wenn man sich die Top 20 der Network Marketing Firmen weltweit nimmt, dann ist es ja so, dass das Durchschnittsalter über 35 Jahre alt ist. Genesys gerade mal im achten Jahr und dennoch ist zum Beispiel das Serum und die Luminous-Technologie und so weiter, die wir nutzen, mittlerweile 10 Jahre alt. So und jetzt ist es natürlich so, dass in den letzten 10 Jahren sich richtig, richtig viel getan hat und Genes in der Lage war, einige wissenschaftliche Durchbrüche zu erreichen, in dem Fall Nathan Newman, die in unsere Produkte eingearbeitet werden und das wird in Berlin vorgestellt, da könnt ihr euch also auch drauf freuen. Also machen wir das Thema kurz jetzt zum Thema Produkte. AMPM ist mein Produkt des Tages und mein Tipp an euch ist folgender, John Papa hat gesagt, wenn man das Produkt nutzt, drei Tage, dann hat man ein Ergebnis. Und ich glaube, das können die meisten von uns bestätigen, wirklich schade, dass wir gerade keinen Chat haben, da könnte jeder schreiben, yes, 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 aber unabhängig davon, nach drei Tagen hast du ein Ergebnis. Aber, und das ist die meisten unterschätzung, nach 30 Tagen konstanter Einnahme erreicht das Produkt überhaupt erst die volle Wirkbreite und nach weiteren 30 Tagen hast du die maximale persönliche Erfahrung, ja, das heißt, man muss das Produkt AMPM für 60 Tage durchnutzen, morgens und abends für 60 Tage nicht vergessen, ja, dann hat man die reale maximale Wirkkraft, die sozusagen im Körper durch AMPM erreicht wird und das wünsche ich jedem, das heißt, falls du derzeit nicht auf AMPM bist, das wäre mal der Wake-up-Call zu sagen, hey, komm, ab sofort mal AMPM komplett durchziehen für die nächsten 60 Tage. So, das hilft uns auch beim dritten und letzten Thema für heute Abend, nämlich Fuel the Fire. Ja, es geht um das Thema Begeisterung und eins ist mal ganz klar, mal ganz logischer Ansatz, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man sich schlecht ernährt und macht das oft und immer wieder und immer wieder und immer wieder, ich glaube, wir haben alle mal so Phasen gehabt, dann geht auch die Begeisterung nach unten, dann geht unsere Energie nach unten und wenn man sich besser ernährt, ein bisschen bewegt und so weiter und so fort, dann geht es einem etwas besser. So, und dasselbe tritt natürlich auch auf unsere Mikronährstoffversorgung zu, das heißt, wenn du zum Beispiel auf Reserve bist, wenn du dein Niveau benutzt, wenn du AMPM durchziehst, dann hast du natürlich in deinem Körper auch eine ganz andere, ja, ganz andere Biochemie, ja, man hat eine andere Hormonausschüttung, man hat eine andere Produktion, Serotonin verändert sich und so weiter und so fort, das heißt, unsere Produkte haben tatsächlich einen Effekt auf unsere Psyche und haben einen Effekt auf unsere Begeisterung und das einfach mal nur als Grundlage, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache und natürlich nicht vergessen, immer viel Wasser trinken. So, jetzt aber zum Thema Mindset und zum Thema Einstellung im Bereich der Motivation und im Bereich der Energie. Es ist so, du kannst ein Feuer nur dann in anderen entfachen, wenn es selber in dir brennt. Jeder hat, glaube ich, dieses Zitat schon mal gehört und doch muss man sich fragen, lebe ich nach diesem Zitat? Brennt das Feuer wirklich in mir? Da spreche ich natürlich heute Abend in einer ganz besonderen Gruppe, eine Gruppe von 100 Leuten, die irgendwie am Tag, ich habe nicht mitgezählt, aber 55 des 90-Day-Runs online sind, mitten in der Nacht, ja, das heißt, ihr seid so die Spitze der Begeisterung praktisch, und deswegen spreche ich natürlich jetzt zu den Leuten, die das sowieso schon leben, aber man kann es ja immer noch besser machen und ich glaube, die Frage ist wirklich, schalte mal selber so einen kurzen Blickwinkel in dich selbst und frag dich mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie begeistert bist du gerade über Janess? Wie begeistert bist du gerade zum Thema Unity Global? Wie begeistert bist du gerade zum Thema Aufbau deines eigenen Businesses? Wie begeistert bist du, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir diese Chance haben? Wie begeistert bist du vielleicht, wenn du gerade schon in der Frankfurter Ecke bist zum Safire-Wochenende, morgen und übermorgen? Wie begeistert bist du zum Thema Berlin und so weiter und so fort? Wie begeistert bist du, wenn du die Chance weitergeben kannst jemand anderem? Denn das ist absolut entscheidend. Ein Punkt, der für mich immer wieder klar war, war, dass ich eine positive Einstellung behalten muss, um in diesem Geschäft erfolgreich zu werden. Es ist wichtig, dass wir als Leader immer wieder die Initialzündung sind für die Emotion, die weitergegeben wird. Vielleicht kennst du das, wenn irgendwo jemand reinkommt in einen Raum und die Person ist total gut drauf. Die Person ist total gut drauf, die hat Spaß, die erzählt, es ist irgendwie eine coole Energie, die reinkommt. Es dauert keine fünf Minuten, der ganze Raum hebt die Energie. Andere Leute fangen auch an zu lachen oder zu lächeln, fangen auch an, irgendwo fröhlich oder glücklich zu sein und genauso geht das natürlich auch andersrum. Das heißt, wir haben ja immer sozusagen einen Spiegel dessen, was wir selber sind. So wie es in dir selber aussieht, so sieht es außerhalb von dir aus vor oder später. Und die Begeisterung, die wir haben, ist extrem entscheidend. Jetzt ist es so, dass der Amateur sich einfach nur aufgrund der Umstände begeistern oder demotivieren lässt. Also was ganz, ganz häufig sichtbar ist, dass wenn mal irgendwas nicht so ganz rund läuft, wenn man eine Herausforderung gibt oder sowas, dass dann viele Leute sofort diese Begeisterung verlieren, weil die sagen, hey, aber guck mal, das ist passiert oder das ist passiert oder das ist nicht passiert oder sowas. Und die Ratio findet ja dann auch viele Gründe dafür, warum das vielleicht gerade nicht so ideal ist oder warum es vielleicht mal besser war oder was auch immer und so fort. Die Wahrheit ist nur, und das sage ich euch jetzt aus reiner Liebe heraus, um euch zu helfen, das Business aufzubauen, es spielt keine Rolle, was wirklich passiert ist. Es spielt keine Rolle, ob irgendwie gerade vielleicht mal die Firma eine Entscheidung getroffen hat, die dir vielleicht nicht gefällt oder ob vielleicht ein Termin stattfindet, der dir nicht passt oder ob vielleicht die Lieferung zu spät kommt oder ob vielleicht der Vertriebspartner aussteigt oder ob vielleicht der Kunde abspringt oder sowas. Der Punkt ist, langfristig für deine Vision zu realisieren, hat das überhaupt gar keinen Effekt. Der wirkliche Effekt ist einfach nur, wie du dich davon beeinflussen lässt. Ich habe früher mal gelernt, wenn jemand sich entscheidet, doch nicht mehr mit dabei zu sein oder wenn jemand aufhört, dann ist es nicht schlimm. Was aber schlimm ist, wenn du drei Tage brauchst, um wieder positiv zu sein, wenn jemand aufgehört hat. Hingegen, also nicht was passiert, sondern wie du damit umgehst, was passiert, das ist entscheidend. Also die eigene, persönliche Begeisterung, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich mir Organisationen anschaue, die wachsen, dann liegt das immer daran, dass ein Leader da ist, der komplett begeistert ist, der die Leute anzündet, der den Telefonhörer in die Hand nimmt. Ich habe heute noch mit dem Fabian Durek darüber gesprochen, dass viel zu selten die Leute heutzutage, auch vielleicht aufgrund von Social Media oder auch vielleicht, weil man generell nicht mehr so viel arbeiten will oder ich weiß nicht genau, aber viel zu selten, ich Leute sehe, die wirklich mit dem Telefon am Ohr oder wegen mir hier mit den Headphones am Ohr, ja, von morgens bis abends mal kommunizieren, wirklich mal die Orga sich aufschreiben, mit jedem sprechen, die Ziele durchsprechen und dann vor allem nicht nur darüber sprechen, sondern einfach zusammen arbeiten, Training on the Job, ja, Dreierkonferenzen, Geschäftspräsentationen, Einwandbehandlung, mit den Leuten sprechen, wirklich Bewegung schaffen, Dinge promoten, zum Beispiel nehmen wir mal Berlin jetzt als Beispiel, hast du wirklich mit deinem Team mal gesprochen, ich meine wirklich den Hörern in die Hand genommen, mit den Leuten gesprochen, sagen, hey, wie sieht es aus mit Berlin, bist du schon mit dabei, kann ich dir helfen, was zu organisieren, wir brauchen dich dort, lass uns mit dem Team mit mindestens 25 Mann da sein, ja, wirklich diese Begeisterung zu schaffen, weil ganz einfach, wenn du dich einfach nur darauf verlässt, was so normal passiert, dann bist du einfach Spielball der ganzen Leute drumherum und was sonst so passiert, aber meistens ist es nicht dieses empowernde Umfeld, was wir brauchen, um erfolgreichen Business aufzubauen, sondern das ist eine bewusste Entscheidung, ja, das heißt, die Entscheidung positiv zu sein, die Entscheidung begeistert zu sein, sich immer wieder darauf zu fokussieren, weshalb du gestartet bist und dann gibt es so viele Gründe, dass man begeistert sein kann, man begeistert sich ja praktisch selbst beim Sprechen und wenn du jetzt vielleicht mal ganz kurz in dich reinfühlst, ich bin sicher, auch vor diesem Call warst du gut drauf, sonst würdest du nicht um 23 Uhr auf den Call gehen, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer fühlt sich jetzt noch ein bisschen motivierter, weil wir miteinander reden als vorher? Hoffentlich irgendwer. Sehe ich irgendwelche Hände? Okay, perfekt, ich sehe Hände, Dankeschön dafür. So, warum ist das so? Naja, weil ich gerade begeistert bin. Ich bin begeistert, ich gebe ein paar Inputs, ich gebe ein paar Dinge, ich gebe ein bisschen Power rein und selbst, wenn ich gerade Chinesisch sprechen würde, allein die Energie, allein das Lächeln, allein und dass wir uns sehen, alleine, dass wieder irgendwer daran glaubt, dass es möglich ist, das färbt ab auf uns alle und diese Magic, die müsst ihr sein, jeden Tag, wenn ihr mit den Leuten sprecht. Es geht nicht darum, nur was du sagst, sondern wie du es sagst. Es geht darum, nicht nur, dass dein Team oder dein Interessent daran glaubt, was alles möglich ist, aber es ist wichtig, dass sie daran glauben, dass du daran glaubst, dass sie das sehen, dass sie in deinen Augen sehen, was los ist, und jetzt nicht den totalen Wahnsinn, aber bitte die Begeisterung. Einfach nur die Begeisterung und wirklich die Klarheit und dieses, auch ein Stück weit das Selbstvertrauen, zu sagen, weißt du was, vielleicht ist jemand besser, vielleicht ist jemand schneller, vielleicht mache ich noch mal was falsch, aber eins kann ich dir sagen, selbst wenn ich noch mal eine extra Schleife fliege oder auch zwei, mit dem Team oder auch alleine, aber eins kann ich dir versprechen, ich bringe zu Ende, was ich angefangen habe. Ich weiß nicht, was alle anderen machen. Ich sehe jeden immer nur von A nach B springen, sonst was hier, dort Internet, Facebook-Generation, heute das, morgen das. Das, was ich dir garantieren kann bei mir, das, was wir heute anfangen, das ziehen wir durch, bis wir ankommen. Und das ist auch einer der Gründe für Unity Global. Unity Global ist Jeunesse und that's it, Punkt, aus Ende, finish. Und das ist gut, weil da kann man sich einfach mal darauf verlassen. Da kann man was aufbauen, was man dann wirklich irgendwann weitergeben kann oder wo man irgendwann den Traum auch davon leben kann, den man sich aufbaut. Und das ist das, was dein Team braucht, das ist das, was deine Interessenten brauchen. Diese Klarheit, diese Entscheidung und auch dieses Selbstvertrauen. So, also immer, wenn ich Organisationen sehe, die wachsen, dann ist immer irgendwo ein Leader, der dafür sorgt, dass die Organisation wächst. Wenn ich irgendwo totale Begeisterung in einer Organisation sehe, dann ist das selten, weil irgendwas Externes passiert ist, aber immer, weil irgendein Leader die Begeisterung gefunden hat und die verteilt. Und du kannst dieser Leader sein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, du musst früher oder später dieser Leader sein, um dieses Team aufzubauen, was du dir wünschst. Und das heißt nicht, dass du der Schlauste im Raum sein musst oder dass du derjenige mit dem meisten Selbstvertrauen sein musst oder dass du die am besten sprechen können musst oder so, sondern es geht einfach um die Konstanz deiner Begeisterung. Es gibt ja auch viele, viele Leute, die kommen auf ein Seminar und danach sagen, yeah, der Hammer. Und am nächsten Tag, wenn du die mit einer Webcam verfolgen würdest, würdest du gar nicht sehen, dass die bei Jonas sind. Und wir müssen genau diese Leute nicht sein, sondern wir müssen die Person sein, die konstant begeistert ist, egal wann du mit der Person sprichst. Und ihr kennt alle diese Leute. Meistens finden wir die in der Upline. Wir wünschen sie uns in der Downline, aber wir finden sie in der Upline, in der Regel, in der Regel, oder? Wenn man welche in der Downline hat, mega. Aber es startet mit dir. Es startet mit dir. Sei du der Leader, den du dir wünschst. Sei du die Person, die du dir wünschst in deinem Team. Hab du die Einstellung, die du dir wünschst von deinem Team. Weil alles steht und fällt mit deiner Einstellung und mit deiner Begeisterung. Und der Titel für heute nochmal Fuel the Fire. Das heißt im Prinzip Fütter das Feuer. Fütter die Begeisterung. Und die fütterst du damit, dass du deine Begeisterung nimmst und sie weitergibst. Und einen wirklich guten Tipp, den ich mal selber auch bekommen habe, ist, es gibt ja, ich habe eben davon gesprochen, mit der Downline zu sprechen, mit dem Team zu telefonieren, Begeisterung weiterzugeben. Das ist wichtig. Das ist aber vor allem dann wichtig, wenn was Produktives gemacht wird, wie zum Beispiel ein Event zu promoten. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden anrufst und ein Event promotest und dazu deine Begeisterung nimmst, dann ist das mega gut und mega effektiv. Wenn du aber, und jetzt gut aufgepasst, weil das ist die Produktivitätsfalle des Networkers, den ganzen Tag mit deinem Team telefonierst und ihr euch gegenseitig erzählt, wie geil alles ist und wie begeistert ihr alle seid, dann ist ganz, ganz viel Begeisterung verteilt worden, aber es ist wirklich nichts passiert. Und einer meiner Mentoren hat mir mal gesagt vor vielen, vielen Jahren, Daniel, wenn du begeistert bist, dann halt die Klappe, nimm ein Telefon, ruf einen Interessent an und erzähl es dem. Okay? Also nicht immer einfach nur mit den Teams sprechen, die sowieso schon dabei sind. Es sei denn, es gibt was zu promoten. Das ist was anderes, ja? Wenn es eine, es geht immer darum, Leute, einkommensproduzierende Aktivität, Produktivität, hilft dieser Anruf demjenigen, den ich anrufe, weiterzukommen? Ja oder nein? Und wenn derjenige schon dabei ist und wenn derjenige schon das Ticket hat für Berlin und wenn derjenige schon das Paket hat und wenn derjenige schon alles gemacht hat, dann gibt es keinen Grund, mit dem jetzt noch eine Stunde darüber zu sprechen, wie gut alles ist, sondern dann spart euch die Luft, legt auf, sagt, wir hören uns heute Abend, um Feedback zu geben, bis dahin, jetzt nehmen wir den Hörern in die Hand und erzählen diese Begeisterung fünf Interessenten jeder und dann können wir kurz mal schnacken, ja? Also das heißt, dass man diese Begeisterung nimmt, konserviert und einen Interessenten rausgibt oder die Begeisterung nimmt und sie rausgibt an einen Teampartner, wenn man eine gewisse Promotion machen will, für einen Call, für ein Event, für eine Anmeldung, für ein Paket, für eine Promotion, was auch immer, ja? Aber nutze die, also was ich vielleicht damit sagen will, um es nochmal klarzumachen vom Bild, die Begeisterung, konserviere die und nutze die zielbringend. Nicht einfach nur rauslassen, ja? Das war was, das mir wirklich selber noch sehr, sehr gut geholfen hat. So, also, alles, was passiert, hat zwei Seiten. Du kannst dich immer dafür entscheiden, ob es positiv ist oder negativ, ja? Nichts hat die eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die du der Sache gibst und es gibt immer eine Möglichkeit, die Dinge positiv zu sehen, ja? Wir haben ja schon oft das Beispiel gehabt, ja? Dass zum Beispiel, wenn ein Produkt nicht lieferbar ist, kann man sagen, Mensch, die doofe Firma, die hat das Produkt nicht lieferbar, das kann doch nicht wahr sein. Oder du kannst sagen, der absolute Hammer, Leute, schaut euch das mal an, das Produkt ist schon wieder komplett ausverkauft innerhalb von zwei Tagen. Der Wahnsinn, was die Company hier für ein Produkt an den Markt gebracht hat. Wenn es das nächste Mal da ist, lasst uns alle schauen, dass wir mindestens fünf Einheiten kaufen, dass wir nicht mehr die Situation haben, das Produkt nicht zu haben. Der Hammer, wie gefragt das Produkt ist, unglaublich, wie wir wachsen und so weiter und so fort. Also man kann Dinge immer positiv und negativ sehen und ich glaube, beides ist ja wahr. Es geht ja nicht um Wahrheit oder Unwahrheit, sondern es geht um eine Einstellung. Es geht darum, wie siehst du die Dinge? Wie bewertest du die Dinge? Du kannst sagen, oh Mensch, es arbeiten so wenig Leute, dann kann man sich darüber beschweren oder man kann sagen, wow, guck mal, es arbeiten erst so wenige Leute und ich kann jetzt schon Gas geben und kann jetzt schon, wenn erst so wenige Leute arbeiten, dann kann ich ja viel einfacher herausstechen. Ja, dann kann ich mir ja viel mehr Marktanteile sichern. Also es gibt immer zu jeder Situation ein Positives und ein Negatives und du musst immer das Positive nehmen und du musst immer Folgendes machen, immer dafür sorgen, dass du begeistert bist und ich sage mal, ganz am Ende des Tages ist es auch, glaubt, gar nicht so schwer, begeistert zu sein, gerade in unserem Business. Ich meine, wenn wir uns wirklich mal vorstellen, welche Optionen wir haben in unserer Hand, dass wir arbeiten können, wann wir wollen, wo wir wollen, von wo aus, international verbunden, dass wir reisen können, dass wir uns connecten können, dass du hier in diesem Business mit Menschen zusammenkommen kannst, mit denen du normalerweise niemals Kontakt hättest. Ja, dass du hier innerhalb von Tagen, Wochen Dinge lernst, die du in Jahren nicht gelernt hast. Also ich selber habe im Network Marketing in wenigen Monaten mehr gelernt als in zwölf Jahren Schule. Ja, 100 Prozent. Ja, und in 20 Jahren Leben. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich Menschen erst verstanden habe, als ich ins Network Marketing gekommen bin. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich Erfolg erst verstanden habe, als ich ins Network Marketing gekommen bin und viele, viele andere Dinge und das ist alles richtig, richtig viel wert und die Person, die wir werden durch Network Marketing ist so viel wert, die kann so viel machen, ja, die kann so viel bewegen und diese Power, diese Kraft, auch das können wir weitergeben. Meine allererste Inspiration im Network Marketing war ein Amerikaner, der hieß Mark Hughes und der Mark Hughes, der hat einen Vortrag gemacht, der ist auch auf YouTube und der hat gesagt, als allererstes musst du an deinem Mindset arbeiten, hat er gesagt. Und zwar musst du begeistert sein und ich rede nicht davon, begeistert zu sein, wenn du gerade zehn Verkäufe gemacht hast. Jeder ist begeistert, wenn er zehn Verkäufe gemacht hat. Ich rede davon, wenn du zehn Präsentationen gemacht hast und du von morgens bis nachts wach gewesen bist und du Gas gegeben hast und du hunderte von Kilometern gefahren bist und du präsentiert hast und du Geld investiert hast und zehn Leute hintereinander Nein gesagt haben, wie ist dann deine elfte Präsentation? Wie begeistert bist du dann? Das ist die Frage. Und der Leader wird dort geformt, wenn er selber lernt, selbst die Emotionen zu kreieren, selbst die Emotionen zu bestimmen, selbst das Umfeld zu erschaffen, das innere Umfeld erstmal, die emotionale Seite zu erschaffen, bevor sie einfach nur passieren lässt. Und als Leader lernst du am meisten in der schweren Zeit, in der, wo es noch nicht so funktioniert. Und dankbarerweise im Network Marketing hat man die ja ganz am Anfang. Jetzt kann man das auch wieder von zwei Seiten sehen. Jetzt kann man sagen, Mensch, das ist so schwer, das funktioniert ja gar nicht. Unsere Upline Ken Porter, also mein Sponsor ist ja Calvin Becerra und darüber kommt ja dann Todd Hartow und darüber kommt dann, ich glaube, Andrew Walton und dann darüber kommt noch einer und dann noch einer und dann noch einer und dann irgendwann kommt Ken Porter und der Ken Porter hat gesagt, im ersten Jahr, alle meine Freunde, die haben gesagt, Mensch Ken, du könntest bei McDonalds arbeiten im ersten Jahr, du würdest mehr Geld verdienen als im Network Marketing. Und für einige Monate hat das gestimmt. Aber dann nicht mehr. Und dann mehr und dann mehr und dann mehr und dann mehr und mittlerweile Millionen über Jahre. Ja, aber wie begeistert bist du, wenn es schwer ist? Wie begeistert bist du, wenn es noch nicht funktioniert? Und wie gesagt, positiv und negativ. Gerade am Anfang ist es schwer. Jetzt kannst du sagen, das ist aber schade. Es wäre besser, wenn es einfacher wäre. Aber schau, wünsch dir nicht, dass es einfacher wäre, sagt Jim Rohn, sondern wünsch dir, du wärst besser. Und je schwerer es ist, umso mehr lernst du. Und wir alle wissen, dass Lernen sich nicht immer gut anfühlt. Ja, wenn du das erste Mal Instrument lernst, das fühlt sich nicht gut an. Wenn du am Anfang eine Sprache lernst, das fühlt sich nicht gut an. Ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du im Sport zum ersten Mal machst, das fühlt sich nicht gut an. Weil du würdest es lieber besser können. Ja, du wünschst es quasi, dass es einfacher wäre. Aber wenn es so einfach wäre, dann würde es jeder machen. Dann wäre es auch wieder kein Erfolg. Das heißt, sei dankbar für all die Herausforderungen, aber verliere nie dieses innere Feuer. Verliere nie diese Begeisterung und verliere nie die zielgerichtet weiterzugeben. Es ist immer was Positives in jeder Situation. Und je weniger Leute das erkennen, desto besser für dich, desto einfacher für dich hervorzustehen und wiederum den Menschen, auf die es wirklich ankommt, im Endeffekt diese Begeisterung dann weiterzugeben, wenn das Sinn macht. Und deswegen, hab ein großes Vertrauen, hab einen großen Belief, hab aber vor allem auch eine große Begeisterung, weil Begeisterung reißt mit und Zuversicht und Sicherheit schafft auch bei anderen Menschen einen Verlustangst zu sagen, oh Mensch, wow, wenn ich da jetzt nicht dabei bin, ich könnte ja was verpassen. Und das entsteht nahezu ausschließlich aus deinem Selbstvertrauen und deiner Begeisterung zu einem Thema. Völlig egal, ob die Leute alles verstanden haben oder nicht. Und ja, das war die Recap Session für heute Abend. Fütter die Begeisterung, indiziere diese Begeisterung, kreiere diese Begeisterung, nutze sie als deine Stärke. Die Leute können alles machen, alles tun, alles sagen, aber sie können nicht deine Begeisterung, deine Flamme, können die nicht kleiner machen, weil die brennt in dir und du selbst entscheidest, wie groß die brennt. Und es hilft natürlich, wenn du dich selber auch immer wieder verbindest mit Leuten, denen diese Flamme auch brennt. Deswegen machen wir auch so einen Recap Call jeden Abend. Und deswegen machen wir auch Veranstaltungen. und deswegen haben wir auch eine Gruppe an Menschen, die sich immer wieder trifft und sagt, Mensch, es funktioniert doch. Und das ist die gute Nachricht, denn das ist das, was am Ende zum Erfolg führt. Und ich bin mega stolz für euch, dass ihr das, oder auf euch, dass ihr das durchzieht. Ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wieder alle sehen, spätestens tatsächlich in Berlin. Es gibt übrigens eine Entscheidung, die getroffen wurde, die ganz, ganz toll ist. Wir werden in Berlin wieder eine Breakout Session machen für Unity Global und zwar direkt im Anschluss am Sonntag nach dem Event. Ja, das heißt also, wenn das Event vorbei ist, direkt im Anschluss werden wir eine Breakout Session machen, hoffentlich wieder mit irgendwie tausend Leuten, da werden wir wieder irgendein Hotel stürmen. Wir werden dieses Mal dafür sorgen, dass wir einen groß genug Raum haben und da werden wir wieder natürlich einige Unity Global Neuigkeiten raushauen und ganz wichtig, neue Rising Star Pins werden wir da an Bord haben. Das heißt, alle, die den Rising Star gemacht haben oder noch machen, also sprich, zwei persönliche Executives gesponsert zu haben plus Paket und Autoship selber, bekommen dort auch ihren PIN. Insofern, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß, viel Erfolg und gehe heute Abend nicht ins Bett, bevor du dir nochmal ganz kurz aufgeschrieben hast, warum du begeistert bist und dann vielleicht nochmal fünf Textnachrichten raus zu irgendwem sagen, Mensch, ich bin so begeistert, lass uns morgen unbedingt mal fünf Minuten telefonieren, ist das okay. Und dann kann der von Neugier nicht schlafen und am nächsten Tag hast du schon fünf Termine. So schön ist das. Also, bis dahin, macht's gut, viel Spaß, schönen Abend, bye.